Musik Heuer vielleicht, wenn ich das Schrägste aus dem ganzen Programm herauspick, sind es erotische Unterhosen. So wie wir als Firma oder als Hersteller langsam wachsen, erweitern wir unser Vertriebsnetz und deswegen sind wir dann jetzt in Fachel Graz gelandet. Ich finde persönlich das Konzept sehr, sehr gut für regionale Hersteller, weil man da sehr, sehr einfach seine Produkte in einer großen, breiten Masse präsentieren kann und deswegen sind wir hier. Musik Dänisch ist viel Natur und das fanden wir jetzt sehr schön für den Designmonat als Idee. Wir haben dann 53 Studenten gebeten, diesen Stuhl neu zu interpretieren und die HTL Mödling hat dann 53 Entwürfe gemacht. Musik 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 Musik